Hallo meine Lieben, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, kommen die Videos eher unregelmäßig und der Uploadplan wird nicht eingehalten. Was ich eigentlich machen wollte, aber im Moment habe ich einfach nur so viel Stress an der Backe, dass ich einfach teilweise keine Lust habe aufzunehmen oder bzw. und oder zu rendern und es dann hochzuladen. Zum Beispiel ein Faktor ist, ich weiß nicht, ob ich diese Woche noch umziehen muss. Heute ist der 29. August. Wenn ich umziehen muss, dann ist das mal Riesenstress, weil es muss innerhalb dieser Woche geschehen und muss gucken, wie ich das alles organisiere. Deswegen bin ich gerade eher, wie gesagt, mit meinem Real Life beschäftigt. Sollte eigentlich auch so sein. Und von daher bleiben im Moment die Let's Plays ein bisschen auf der Strecke, bis sich das alles eingependelt hat, bis ich weiß, wie ich weiter planen kann. Also ich werde den Uploadplan im Moment nicht einhalten. Wenn ich lustig bin, lade ich was hoch oder nehme mal was auf, aber das ist halt eher, wie meine Laune im Moment ist, ob ich kurz vorm Abnippeln bin durch Müdigkeit oder sonst was. Deswegen lasst euch einfach überraschen. Sobald sich alles wieder, ja, gelegt hat, werde ich den Uploadplan weiterhin so beibehalten. Ich werde dann auch noch eine Info rausgeben, dass jetzt wieder alles so läuft, wie es eigentlich laufen soll. Und das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. 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 Vielen Dank.